Ok, die Minigun hat mal was gebracht hier. Weiter geht's. Auf jeden Fall, äh, haben wir schon. Oh, Nightcrawler, nicht von meiner Seite. Darf man fragen, wann die Verlosung stattfindet, Todesser? Circa eine Stunde, dann werden wir das S10 Plus verlosen. Im Prinzip gibt es keine großartigen Sachen, die ihr zu, äh, die ihr beachten müsst. Ihr müsst einfach nur anwesend sein, ja? Ihr kauft ganz normale Tickets. Ihr werdet heute so viele Tickets kaufen können, wie ihr Lust und Laune habt und wie ihr Punkte habt. Die Preise fürs Ticket sind, wie gehabt, 5 Punkte. Erste gratis. Nur eine einzige Sonderregel gibt's, ja? Man kann nur teilnehmen, wenn der Account mindestens älter als 7 Tage ist. Das heißt, irgendjemand, der seinen Account, warum auch immer, erst vor 2 Tagen erstellt hat, kann nicht teilnehmen. Hauptsächlich, um Multi-Accounts zu vermeiden. Hey, Kavanilo, moin moin. Ja, eigentlich wollte ich ursprünglich um 20 Uhr starten, ist ein bisschen später geworden jetzt. 2 Stunden später aber. Aber ist okay. Sollte trotzdem klargehen. Wir haben schon wieder einen guten Money-Train-Bonus. Direkt wieder mit der Minigun. 2 gute Money-Train-Boni hintereinander. Und das sind unsere ersten 2 heute. 5, Liquid. 5 Punkte pro Ticket. Wie gehabt, nur keine maximale Anzahl. Er ist schlau, Schwinger. Du weißt doch, wie das ist. Guck mal, wie gut der schon wieder wird hier. Und wir haben den Kollektor noch, der ist noch viel besser, Mann. Was ist denn los? Über 800 Mal. Ey, noch ein Kollektor. 1700 Mal. 1800 Mal. Was ist los, Mann? Hab ich irgendwas verpasst? Was ist verkehrt mit Money-Train? Komm, der hat noch Platz. Mach noch einen Kollektor rein. Dann haben wir über 4000 Mal. Oh mein Gott. Was ist denn los, Mann? Erster zahlt 760 Mal oder so. Und der zahlt 2000 Mal. Das ist live, das da sahen. Was geht ab? Wir haben 2 fucking Käufe gemacht bei Money-Train. 2 fucking Käufe. Punkte für alle. Wir sind nicht mal im geringsten irgendwie im Bonus drin. 2 fucking Käufe. Wir haben 3000 Echtgeld drauf. 500 Einzahlungen. Ey, was ist hier los in letzter Zeit, Mann? Was ist das, was wir hätten? Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, ey.